So, ich weiß nicht was ihr macht. Ja, da ist keine Waffe, das ist das Problem. Muss aber irgendwo da sein, aber ich weiß nicht wo die ist. T-serious and nothing but a bitch, Lasagna. Ähm, ich hab mich nicht festgepackt, okay, ich wollt grad sagen. Aber wenn ich festgepackt hätte, das hätte dir so nicht geholfen. Ist mir egal gewesen. Ich weiß, ist mir so egal. Man, hier ist halt ein Schrank, aber... Ist mir so egal. Ja, Alter. Alter, wir sind so richtige Voicecraft-Profis, Alter. True, 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 true. Alter, wir sind sexuell. Ich bin mir die einzige männliche Person. Nee, du bist, ja stimmt, du bist die einzige, die schon durch, ähm, Schwimmbruch durchgekommen ist. Ja. Ich bin halt die älteste. Du, Sinas, Bad, Plätt, was? Na, ist, bist Björn der Jüngste oder was? Keine Ahnung. Nein, du bist der Jüngste, du keck. Wie alt ist ein Björn? Tja, ist die Frage, ne? Und dahin. Björn, wie alt bist du? Ja. Zwischen 19 und 21. Tja. 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 Jetzt sag doch einfach, wie alt du bist. Ja, ich hab... Alter. Perfekt, oder nicht? Ja, sag doch jetzt, wie alt du bist, Mann. Oh mein Gott. Ich sag doch, zwischen 19 und 21. Aber es gibt nur eine Zahl, die dazwischen liegt. 20, ach so, 20, okay. Jikes. Ich dachte, du meinst, entweder 19, 20 oder 21. Zählt das hier als neues Gebiet? Nee, okay. Das hier zählt bei derweil ja nicht als neues Gebiet, das heißt, das hier hinten kann auch die Waffe sein. Oh, okay. Okay. Komm ich zu dir. Ich komme auf die. Hm. Weißt du, Emily, Emily, schon jedes Mal so richtige Anspielung, so, Björn, weißt du, muss ich mal, musst du mal merken, so, ne? So. Emily macht alle Anspielungen auf dich. Ich mach Anspielungen auf ihn. Ah, ich mach Anspielungen an Björn, okay. Ey, Björn, wollen wir zusammen rutschen gehen? Ich geh schaukeln, Lull. Spielst du lieber verstecken oder fangen? Warum ist man sich... Ey, ohne Sklapp. Kaum habe ich ein fucking neues Sniper ist der scheiß Zielfernrohr am Arsch. Wieso ist das Zielfernrohr überhaupt kaputt, Alter? Weiß er. Weiß es nicht. Man kann auch dann halt... Ich treff die nicht. Oh, da sind einige Gegner. Du schaffst die nicht. Du schaffst das schon. Du bist ja auch schlecht. Ich glaube, ich treff die irgendwie schon, aber auch irgendwie nicht. By the way, es stehen halt manchmal solche Funkmasken rum und die muss man am besten zerstören, damit nicht so viele Gegner kommen. Die werden auch eigentlich angezeigt, aber ich glaube, wir hatten noch keinen. Mann, ich mag das Spiel nicht. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Mir fällt grad auf, ihr müsst... Es gibt auch verschiedene Munitionstypen, mit denen ihr verschiedene Sachen penetrieren können, ne? Weil mein Schuss ist nicht gebounced von dem. Gebounced. Bei uns. Ja, ist richtig. Man kann dieselbe Waffe verschiedene Munition einbauen. Ja, und meine Schüsse sprallen einfach ab bei dem. Also... Juck mich, also schießt sie nicht mehr an, sondern verschwind auch keine Munition mehr, sondern gehe jetzt weitergluten. Möchtest du endlich diese Scheißwaffe finden. Möchtest du endlich diese Scheißwaffe finden? Ah, ok. Ah ja, hier. Ein Tenden-Signal wird angezeigt auf der Karte. Jetzt müsst ihr ja wissen, dass ich mich die mal kaputt machen. Warte, glaub ich richtig. Wollte ich sagen, bringst du dich auch noch um, oder? Warte mal, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich bin komplett verwirrt grad. Da muss ich lang. Ok. Da steht noch eine Strip 103. Mann. Warum hat hier eben eine Schlange eingezeichnet? Oh, da sind übelst viele Gegner. Das ist nicht so geil. Machst du schon, Emily? Nicht so lecker. Lecker. Nicht so lecker. Ah, was nehm ich immer hier? Oh, das hätt ich auch mal weglegen können. Aber das läuft. Björn, komm her. Komm her, Björn. Oh, ganz kurz. Das Ding ist aber so komplett verbuggt, älter. Das Spiel ist dumm. Wenigstens haben wir das am Fail gekauft. Musst du so sehen. Ja, immer noch positiv sehen. Oh, noch da hinten. Noch Richtung. Richtung. Süd. Südwest. Also ich wirst. Süd. Südwest. West ist ein Gegner, meine Güte. Süde, Süde, Süde. Oh, ich bin jetzt im Kampf. Oh Mann, ich hab hier nicht bad. Mann, bin ich bad. Danke, jetzt hab ich dann einfach mal getroffen. Hä, helft ihr mir grad oder seid ihr woanders? Ich bin woanders. Komm her, Björn. Komm her. Äh. Oh, hier ist noch was zum Gluten. Hilfe, hier sind voll viele. Emily, du hast OP-Items. Mach das. Arthur, bist du am wenigsten glared up jetzt? Ich beschlepp jetzt zwei, ja. Okay. Irgendeine Sache. Okay, meine Metall ist voll. So, Emily, was ist denn dein Problem sein? Hilfe. Ich hab schon zwei getötet. Bist du das Athen-Signal dann zerstört? Ja, das will ich. Komm her, Björn. Komm her. Emily, von links kommt noch einer. Ja, 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 ja. Dann helf bitte auch mal. Nee, ich muss nachladen. Alter, ich treff nicht. Same. So. So. Arthur, was musst du mir jetzt zeigen? Okay, komm her. Wir sind in so einem guten Spiel, ne? Dass es sowas hier gibt. Ach, ich seh's gerade. Stell mal hinter. Stell mal hinter. Warte. Ja, ich weiß, man kann's auch durchschauen. Hi. Warte, komm, noch besser. Komm, 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 hier. Komm, wie das drin steckt. Und jetzt. Bäh. Alter. Oder hier, hier. Das Björk Mobil. Das Björk Mobil. Oh, Mann. Hexas wie Leih, Alter. Okay, ich glaub, die... Hier ist noch mehr Gegner. Ich glaub, die... Ich glaub, die Waffe ist hier. Ich wollt grad sagen, hier ist die Frage, ob das hier auch dazu gehört. Also, bis jetzt wurde bis jetzt wohl nichts angezeigt, dass sich das erinnert. Oh. 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 Wo. Wo, 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 wo. Ich war grad, in Fall, keine Ahnung. Ja, ich war auch reingeschossen. Ich glaub, die haben einen großen Typen. Ich glaub, die haben einen großen Typen. Ich glaub, ich hab auch einen großen. Ich hab immer einen großen. ich hoffe das ding explizit jetzt nicht nach und wo schießt du denn ach da in dem busch da ist es ja nicht ich bin mal deine arbeit ist nicht mehr wegen brauchte von meinem radio hinwerfen und schaut mich ankommen ja hier sind einfach radios ich habe nicht geschossen von hinten oder ja okay hier ist hier ist neues gebiet ja von genau hinter dir emily mit gerne mal wieder eine crafting station haben wollen ja wenn man da ganz wieder nach hinten gehen soll wenn man sie hier vorne die vorne bei wo ist jetzt die waffe die waffe also ich sag jetzt ist die frage also hier und veränderte das gebiet und ungefähr ich kann das neue nicht präsent warum kann ich das nicht und ich kann es nicht markieren als dieses spiel und für da hat das gebiet angefangen man ist mir gerade egal wie luke einfach hier schnell in anfangs sei denn schlack ich habe gesagt schön emily schlöch emily taub ist ja auch noch was ist gebäck das kennt ihr eh komm mal her komm mal her komm mal her Arthur komm mal her guck mal ob du das kennst das ist das gibt's im ikea actually nur im ikea das gibt's nirgendwo anders das ist sau geil sau lecker was ist das flinte es ist nicht so was wie eine shotgun ich habe nämlich ein 1,4 fach tief hinrufe flinden aber es ist die shotgun ich habe gleich keinen platz mehr btw ich habe schon keinen platz mehr also ich glaube dann kommt die nächste safe station noch mein gott holy shit mehr weit gehen oder auch einfach zurückgehen ich komme ich erscheine jetzt sie ist aber oben wenn du sie suchst naja ich habe gesehen das grüne ding da siehst du das grüne ding es ist ja mal ganz mit marzipan ich es ist so geil ich will das so alter ja das schmutz der schweden und deswegen kehr und soja erfolge die anspielung und so gleich werbung ich packen hat es aus ikea genau jetzt noch ein scope bei mir ich habe er das ist ein schwedische mann wixer wir können ja sagt btw und noch ein flashlight auf dem dach ist ein kleimversteck und eine leiche und eine waffe noch eine sniper wo er ist hingekommen aber auch da oben das ist natürlich für 1 reifel du kehrst du ich würde lieber den hammer damit nehmen wollen oder so aber es ist es ist genau die gleiche wie dann also ein anderer also ich habe zwei missionen quasi richtung norden noch dass die mission ja oder ich weiß nicht ob das ist wohl für die mission sind aber ich habe einfach keine main mission merke so keine ahnung main mission habe ich schon seit anfang an verloren seit dieser team über diesen schloss oder diesen burg waren habe ich keine nämlich schon wieder alles nur weil emily hat sich dachte ich nutze einfach eine arten selten der ich gespielt habe doch in dem eben anders der welt gemacht hätte wenn du jetzt einfach glaube ich verwendet ach so das hätten wir auch machen können jetzt nicht mehr jetzt los ist ja nicht mehr jetzt machen wir das recht lol jetzt haben wir eigentlich quasi kein ziel in dem game aus halt rumzulaufen ja doch wir haben noch ein ziel ja welches denn ich habe zwei rival dinge aber keine mission die musste ja die mission erst suchen in häuser es ist die map dass das ist dieses gesamte insel werden du mal da wenn du ein stück weiter hoch geht bei der insel da ist ja mission es ist ja ich weiß nicht ob rivals mission sind also das sind das einfach noch mal diese maschinen ach so dass meinst du ach so hier die hauptmission ist etwas weiter weg soll ich euch mal markieren die ich habe ich habe da keine also ich auch nicht ja ja das ist ich glaube ich will meine gebiete fertig wäre ich habe das ganze ist eigentlich noch so intro oder sowas wie das die haare blond gefärbt was das denn nein die sind die ganze zeit schon so gefärbt gewesen jetzt komisches licht